Hast du dich eigentlich mal gefragt, warum wir nie über was wirklich Persönliches miteinander reden? Ich habe nicht gewusst, dass du es so schlimm findest, wie wir miteinander reden. Ich meine, worüber wir nicht reden. Was ist das? Mein Liebesleben zum Beispiel. I'm out of respect, perhaps too, when I'm here. And you guess I always make the same mistake. And I wish I took everything as it comes. A WISHER I'd ticket everything as it can A WISHER I'd ticket everything as it can A WISHER I'd ticket everything as it can Untertitelung des ZDF, 2020